Kennt ihr Kingtire? Kingtire ist ein chinesischer Reifenhersteller. Die Reifen werden in China produziert und zwar bereits schon seit 2014. Es ist aber so, dass sie bisher eigentlich hauptsächlich Rennreifen, also Reifen für die Rennstrecke produziert haben. Jetzt allerdings auch ihre ersten Straßenreifen produzieren, also ganz normale Landstraßenreifen, die jeder von uns auch hier zum Beispiel fahren kann. Im deutschsprachigen Raum gibt es die Reifen mittlerweile auch zu kaufen und zwar seit Juni 2023, also seit diesem Jahr. Und das ist auch der Grund, warum ich die Einladung bekommen habe von Kingtire. Und zwar haben mich der Fabian und der Hubert eingeladen, den Reifen mal Probe zu fahren. Ich würde es jetzt nicht als Reifentest bezeichnen, sondern eher als First Look, als erstes Antasten von dem Reifen. Warum ich das so bezeichnen würde, dazu kommen wir nachher noch. Jetzt schauen wir uns den Reifen doch erstmal genauer an. Bis zum nächsten Mal. Wo und wie testet man chinesische Reifen am besten? Natürlich auch auf einem chinesischen Motorrad. Und deswegen hat es mich ganz besonders gefreut, dass Zweirad Walz aus Stuttgart diesen Test dann auch mit ermöglicht hat und die Motorräder gestellt hat, die wir dann fahren konnten. Das war zum einen die CF-Moto 700 CLX und dann noch die CF-Moto 800 NK. Zwei wirklich geile Bikes. Wenn ihr wollt, wenn ihr dazu noch genaueres wissen wollt, beziehungsweise meinen Test wissen wollt, was ich darüber denke, wie ich damit zurechtkommen bin, ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben, dann mache ich da vielleicht noch ein separates Video dazu. Ansonsten vielen Dank, dass ihr die Motorräder zur Verfügung gestellt habt. Da waren die Reifen dann auch schon montiert, wurden, waren niegelnagelneu. Also die waren jetzt nicht irgendwie großartig eingefahren oder sonst irgendwas, sondern frisch montiert für uns, für den Reifentest. Für wen ist der Reifen geeignet? An wen richtet sich der Reifen? In erster Linie an Fahrer, die auf der Landstraße doch etwas zügiger unterwegs sind, die sportlich zügig fahren. Motorräder kann man so einordnen, die Supersportklasse, also Gixer, Yamaha R1, R6, je nachdem, Honda, Fireblade und so weiter. Aber auch an die entsprechenden Naked Bikes, die halt gut Leistungen haben und zügig unterwegs sind. Die Sorte gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Also beim K97 handelt es sich um einen Sportreifen. Der hat ein sehr breites Anwendungsfeld, ist ein Sportreifen, also kein Hypersportreifen, der was einem Rennreifen ähnelt, sondern der ist eigentlich für zügige Landstraßenfahrten gedacht. Ist auch aufgebaut in zwei Komponentenmischung vorne sowie hinten. An den Flanken haben wir weiches Material und in der Mitte auf der Lauffläche ist eher härteres Material, damit auch die Laufleistung, sag ich mal, den handelsüblichen Reifen dann auch verdrehtbar ist und eben die gleichen Laufleistungen erzielt dann auch. Darf ich den Reifen überhaupt fahren? Also zum Thema Reifenfreigabe, das ist ja immer noch ein weitverbreitetes Mysterium, dass ja manche noch denken, dass das ja immer noch eingetragen werden muss oder einen festen Bezug zum Motorrad gibt. Das ist ja mittlerweile eben, wie du gesagt hast, Andreas, das ist ja aufgehoben. Deswegen, man kann, sag ich mal, wenn die Reifengröße passt, kann das ja auf dem Motorrad gefahren werden. Ja, wir können die Reifen, wenn auf den klassischen Modellen, wie du auch sagst, Gixer, Triumph, KTM, kann das alles gefahren werden. Wir haben keine Motorräder, wo da ausgeschlossen sind von King Tire selbst. Also kann bedenkenlos eingesetzt werden. Ich muss sagen, ich kam eigentlich vom ersten Meter wirklich gut zurecht. Also gerade auf engen, langsamen Kurven, beziehungsweise mit kalten Reifen aus der doch engen Ausfahrt raus, hatte ich im Vorfeld eigentlich ein bisschen Bedenken. Ich wusste nicht, wie reagiert das Motorrad auf Gasstöße, wie empfindlich ist die Gasannahme und alles. Und da kann es bei solchen Sachen ja doch mal dumm laufen. Ich glaube, das kennt jeder von euch, das Video von der Gixer, da wo der Besitzer seine Maschine niegelnagelneu beim Händel abgeholt hat und dann losfahren wollte und dann hier schlängel, schlängel und dann aufs Maul gelegt. Aber es sollte mir natürlich nicht passieren. Wollte, ja, wollte ich nicht unbedingt, wollte ich vermeiden. Und war mit dem Reifen wirklich überhaupt kein Problem. Zum einen, Maschinereifen waren beides super zu kontrollieren. Ich hatte mit dem Reifen, wir waren eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Ich bin, wie gesagt, mit der Sport oder 700CL Sport war es ja unterwegs und auch mit der 800NK. Ich hatte mit keinen von beiden Maschinen in irgendeiner Weise irgendwo mal einen kritischen Moment oder irgendwo das Gefühl von wegen, oh, jetzt war ich an der Reifengrenze oder sonst irgendwas. Absolut nicht. Ich habe immer wunderbaren Grip gehabt, immer ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl. Der Reifen war nie irgendwie kipplich oder so, sondern immer wunderbar einzuschätzen. Man konnte immer sagen, wo, wie er reagiert. Also es war auch nicht so, dass er ab einer gewissen Schräglage dann auf einmal weiter in die Kurve gekippt ist oder instabil wurde oder so. Absolut nicht. Es war sogar ein Moment, wo ich überholen wollte, was dann auch nicht funktioniert hat, was dann zu knapp war. Da kam dann um die Kurve dann rum ein LKW, wo ich dann den Überholversuch abgebrochen habe und dann dementsprechend in die Bremse gehen musste. Das Auto, das ich überholen wollte, ging auch in die Bremse, wollte mich halt noch vorbeilassen oder hat halt im Endeffekt, wollte die Gefahrensituation entschärfen, was natürlich, wenn man beide Bremsen eigentlich eher schlecht ist. Und dazu kam die CF-Moto 700CL X-Sport. Brutale Bremsen. Die hat solche brutale Bremsen und auch eine etwas weiche Gabel von her. Also ich würde es mir ein bisschen härter wünschen, aber ich bremse eigentlich sowieso immer, bloß mit zwei Fingern und das Ding ist eingetaucht vorne ohne Ende. Viel zu krass. Deswegen habe ich auch dann nochmal aufgemacht, weil es auch jetzt nicht so knapp war vom Überholen. Also es musste jetzt keine Gefahrenbremsung machen oder so. Wie gesagt, habe nochmal aufgemacht und bin dann auch nochmal in die Bremsen dann, weil ich dann halt normal verzögern wollte und gleich dasselbe wieder. Ich bin vorne eingetaucht ohne Ende. Das Ding verzögert brutal. Die kannst du wahrscheinlich wirklich mit einem Finger fahren oder mit einem Finger bremsen. Da kommt man wahrscheinlich dann besser zurecht. Also ich war mit der Bremse, weil ich so stark von meiner nicht gewohnt bin, in Anführungsstrichen ein bisschen überfordert, beziehungsweise in so Gefahrensituationen. Bin super damit klargekommen, aber in so einer Situation, wo du mal doch eher ankern musst, war ich einfach, da habe ich halt einfach ein bisschen zu überbremst. Und selbst da hat der Reifen null, also das Ding hat ABS und das ABS hat nicht eingesetzt, weil der Reifen massig Grip produziert hat oder wirklich noch genug Grip hatte. Von dem her, ich kann es nur wieder betonen, ich habe den ganzen Tag ein gutes Gefühl gehabt. Ansonsten sollen die Reifen eigentlich wirklich auf Augenhöhe mit den bekannten Konkurrenten sein. Also auch was Verschleiß und Haltbarkeit betrifft. Das konnte ich in diesem Test natürlich oder bei den Probefahrten natürlich nicht testen. Deswegen auch meine Bezeichnung als erster Eindruck, als first taste, als first, keine Ahnung. Denn wirklich einen Langzeittest konnte ich nicht fahren. Ich würde sagen, Nachteile sehe ich gegenüber den Konkurrenzprodukten nicht. Also ich würde sagen, sie sind gleichwertig mit den Konkurrenzprodukten. Jedoch ist die Preis-Leistung im Moment schon unschlagbar. Es ist auch nicht so, dass es ist der größte Radialreifenhersteller in China. Also es ist nicht irgendeine Hinterhof-Schmiede, sondern es ist ein Unternehmen, das seit 2014 am Markt ist. Und daher schon aus einigen Erfahrungen schöpfen kann. Ergänzend zum Fabian sein Thema, was die Vorteile von Kingta-Reifen sind. Es ist ja gerade auch so, in den ganzen Gesprächen mit den Motorradfahrern, ist es ja, das ganze Hobby wird einfach teurer, egal ob Rennstrecke. Also die Preise steigen da sehr stark gerade, was am Reifmaterial, was man da hinlegen muss aktuell. Da versuchen wir einfach, dass wir weiterhin unser schönes Hobby ausleben können, dass man einfach eine preisgünstigere Alternative hat und dass man einfach weiterhin sein Hobby genießen kann. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Ziel von uns. Und da, sag ich mal, wollen wir das auch weiterhin so versuchen, dass wir die Reifen zu einem super guten Preis und Leistung auch anbieten können. Ist der Reifen auch für einen Ausflug auf die Rennstrecke geeignet? Der Reifen ist aber auch für gelegentliche Ausflüge auf die Rennstrecke durchaus geeignet. Also wer jetzt ständig auf der Rennstrecke ist und gewohnt ist, dort zu fahren und normalerweise mit Slicks fahren fährt, der sollte natürlich auf die dementsprechenden Slicks von King Tire zurückgreifen oder irgendeinem anderen Hersteller natürlich. Für den ist das nichts mehr. Aber wer jetzt noch nicht oft auf der Rennstrecke unterwegs war, mal einen Ausflug auf die Rennstrecke wagen will, für den ist das natürlich auch geeignet oder für Instruktortrainings zum Beispiel. King Tire hat mittlerweile auch schon verschiedene Instruktor an der Hand, die mit ihrem Reifen eben diese Instruktionstrainings machen. Also von dem her für die Rennstrecke auch geeignet. Und ansonsten noch nebenbei erwähnt, der Slick von King Tire wird auch in bestimmten Rennklassen auf der Rennstrecke gefahren. Also die EWC ist zum Beispiel, die Endurance-Klasse ist wahrscheinlich die bekannteste noch. Ansonsten natürlich in China, in verschiedenen Rennklassen sind sie dann natürlich gut unterwegs. Rennklassen, die uns jetzt hier wahrscheinlich alles weniger was sagen, darum brauche ich es jetzt auch nicht auflisten. Außerdem weiß ich es ja auswendig jetzt auch gar nicht. Also von dem her, das nur am Rande. Kommt jetzt immer mehr, sind ja jetzt auch in der EWC, sind sie jetzt mitgefahren, das zweite Jahr schon dementsprechend. Verschiedene südamerikanische Meisterschaften fahren sie, in Asien fahren sie. Und natürlich müssen wir jetzt auch das Produkt dann mehr adaptieren für den europäischen Markt. Und da sind wir dran und bauen es ja eben gerade aus. Warum das kein Reifentest ist. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich das hier als First Look bezeichnen würde und nicht als Reifentest. Und zwar, weil das nicht mein gewohntes Motorrad war. Ich war das Motorrad nicht gewohnt und ich war den Reifen nicht gewohnt. Und da jetzt als Laie, sage ich jetzt mal, sagen zu können, von wegen, was spreche ich da jetzt dem Motorrad zu, an Kurvenstabilität zum Beispiel. Und was spreche ich da jetzt dem Reifen zu, ist schwierig zu sagen. Vor allem kam auch noch dazu, die Strecke kannte ich nicht. Zu viele Faktoren, die hier einen Test verhindern würden. Oder deswegen würde ich es nicht als Test bezeichnen. Ich konnte ihn nicht auf längere Zeit testen. Also ich konnte ihn nicht über ein paar tausend Kilometer testen bis zur Verschleißgrenze. Ich bin ihn nicht im Nassen gefahren, wobei er einen ziemlich hohen Silikatanteil haben soll. Was bedeutet, dass er auch im Nassen wirklich gut funktioniert. Dass er zum einen schnell einzufahren ist, was ich auch nicht wirklich prüfen konnte, weil wir sind in Stuttgart losgefahren und mussten da erstmal eine ganze Zeit lang uns durch die Stadt durchschlängeln, bis wir dann auf die Landstraße kamen. Von dem her hatte der Reifen genug Zeit, sich warm zu fahren. War überhaupt kein Problem, das Gas zu dosieren oder dass der Reifen irgendwie Schlupf generiert hätte oder sowas. Das war, wie gesagt, alles im grünen Bereich. Von dem her hat er einen guten Eindruck gemacht, auch da. Aber deswegen kann ich es halt nicht wirklich beurteilen, wie schnell ist er jetzt wirklich warm gefahren. Weil, wie gesagt, wir sind zu lange durch die Stadt. Aber nach dem, was ich mitgekriegt habe oder gehört habe, und dem glaube ich jetzt einfach auch, dass er ziemlich schnell auf Temperatur ist, dass er, wie gesagt, im Regen auch gut funktioniert, glaube ich jetzt auch. Konnte ich allerdings, wie gesagt, nicht testen. Ich konnte nicht testen, wie er auf längere Zeit funktioniert, wie er vielleicht im Laufe der Zeit abbaut oder wie auch immer. Deswegen ist das Ganze eben kein Reifentest, sondern nur ein First Look. Aber First Look mit verdammt gutem Gefühl. Was auch so eine Sache ist, warum das eher ein First Look ist. Jeder Reifen funktioniert doch bei jedem Motorrad etwas anders. Da kommt es natürlich auch darauf an, welche Gangart legst du auf der Landstraße an den Tag. Also wie sportlich bist du unterwegs? Mit was bist du unterwegs? Wie ist deine Tagesverfassung überhaupt? Das hat so viele Faktoren, dass es doch ziemlich auch individuell ist. Und ich glaube, ich hätte sowieso nicht im Kreuz, da jetzt eine Pauschal zu sagen, von wegen, der Reifen ist besser wie der Reifen. Oder der Reifen ist für dich oder für die Maschine absolut geeignet, weil das auf zu viele individuelle Faktoren ankommt, die jeder für sich eigentlich entscheiden sollte oder muss, die ich einem anderen nicht irgendwie abnehmen kann. Mein Fazit. Was ich ja definitiv sagen kann, der Reifen ist auf jeden Fall einen Blick wert. Also ich bin, wie gesagt, wunderbar damit klargekommen. Ich muss jetzt auch mal schauen, wie es weitergeht mit King Tire, weil ich Bock habe auf den Reifen, weil es auch das größte Argument einfach und das beste Argument ist natürlich der Preis. Der ist einfach vom Preislichen unschlagbar. Und was ich eben mir erhoffe oder was ich eben denke, preisleistungsmäßig halt auch. Also nicht nur der Preis, sondern auch, was der Reifen kann. Und das in Verbindung Preis-Leistung einfach, denke ich, könnte ja wirklich unschlagbar sein. Und gibt es allerdings für mich in meiner Größe hier nicht. Hinten habe ich ja einen 160er drauf und die Größe wird es geben, aber für vorne nicht. Also vorne hat die alte Maschine, die alte Oma hier, die hat ja 120, 60, 17 Zoll. Und den Reifen gibt es aktuell eben, zumindest im deutschsprachigen Raum, nur 120, 70, 17 Zoll. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir da verbleiben, ob ich mir da vielleicht für einen Langzeittest noch was organisieren kann oder vielleicht das sogar umtragen lassen kann. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, was der TÜV dazu sagt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock oder hätte Bock, den Reifen mal langfristig zu testen. Was ihr daraus macht, was ihr jetzt aus dem Video macht, ist natürlich eure Sache. Also ich denke, der Reifen ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Viel kostet er nicht. Also er ist vergleichsweise echt günstig. Und deswegen, denke ich mal, hat er es wirklich verdient, mal getestet zu werden. Also nicht von mir. Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich kann euch diesen Test nicht abnehmen. Ich kann nicht sagen von wegen, hey, für die R1 oder für die Gixxor oder für die Fireblade oder was auch immer, für die KTM, Supertube ist der Reifen perfekt. Kann ich nicht sagen, weil ich die ganzen Maschinen damit nicht gefahren bin. Und weil ich die Maschinen auch gar nicht gewohnt bin. Ich könnte nur was Spezielles sagen, wenn ich den Reifen langfristig hier auf der Maschine fahren würde. Nur dann könnte ich sagen, auf dieser Maschine, bei meinem Fahrstil und für mich, funktioniert der Reifen wunderbar oder eben nicht. Oder der Reifen ist besser oder eben nicht. Von dem her deswegen kein Reifentest, deswegen nur ein First Look. Aber dieser First Look hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe Bock, den Reifen mal genauer zu testen, mal genauer hier drauf zu hauen, wie ich das auf die Reihe kriege oder ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. In welchen Größen gibt es den Reifen eigentlich? Wie gesagt, da es den Reifen noch nicht lange im deutschsprachigen Raum gibt, konzentriert sich Kingtire jetzt erstmal auf die gängigsten Größen. Und zwar vorne in der Größe 120, 17, 17 Zoll. Und hinten auch natürlich 17 Zoll in verschiedenen Breiten. Und dementsprechend, ich blende euch das Ganze jetzt hier mal ein. Wir haben uns so drauf committet, weil es ist natürlich, wenn man mit einer neuen Marke startet, gleich alle Bereiche zu bespielen, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Man muss die ganze Logistik dafür vorsehen. Man hat viele Varianten, weil es ja sehr viele verschiedene Größen gibt. Man muss große Lagerkapazitäten vorhalten, um das auch alles abzubilden. Und deswegen haben wir gesagt, im ersten Fokus machen wir das Thema Racing Reifen, also sprich Slicks im Primären. Da sind wir, sag ich mal, eben mit den normalen vorne 120, 125 und hinten eben 180, 200. Das sind so die Top-Seller. Da haben wir gesagt, okay, da machen wir den Fokus. Da sind wir jetzt gerade am Ausbauen, dass wir das noch optimieren. Und wir haben einfach gesagt, weil immer wieder auch schon Fragen kamen, ja, ich habe aber gesehen, es gibt irgendwie, man kann auch Kingtire Straßereifen kaufen, warum hat sie das nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen eins zum anderen. Und jetzt sind wir eben dran. Wir haben jetzt im Juni, haben wir einfach still und heimlich das einfach schon mit aufgenommen, ohne jetzt groß, sag ich mal, das jetzt irgendwie zu publizieren. Wir haben jetzt auch viele Tests selber auch nochmal gemacht, einfach, dass wir uns im europäischen Raum dafür und davon nochmal überzeugen. Und jetzt haben wir es eben, sag ich mal, den Schritt gewagt. Und jetzt gehen wir eigentlich in die, sag ich mal, ja, also in die Bekanntheit wollen wir jetzt gehen. Und das dritte Thema, wo ich auch so herkomme, ist das Thema Pitbike. Und auch da haben wir jetzt unseren eigenen ersten Slick entwickelt. Das ist ganz jungfröhlich, das Produkt ist jetzt erst dieses Jahr in der Pille gekommen. Und da sind wir eigentlich an diesen drei Kernthemen sind wir dran. Also Racing Reifen Slicks, Straßenreifen, primär der K97, um den es heute geht, also der Straßenreifen und dann eigentlich der Canon 0 für die Pitbike Reifen dann, also sprich für die Pitbike Szene als Slick Modell dann. Was ihr draus macht, wenn ihr Bock habt, den Reifen für euch auf eurer Maschine mal auszutesten, mal auszuchecken, auch preislich, ich verlinke das Ganze unten in die Videobeschreibung. Das Ding ist, das Ganze hier ist jetzt auch nicht wirklich Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich preise den Reifen dementsprechend auch nicht irgendwie aus dem Grund irgendwie an oder sowas. Also wenn, dann würde ich euch sowieso meine tatsächlichen Eindrücke sagen. Ich wurde hier nur eingeladen, ob ich Bock habe, den Reifen mal zu testen, bin auf eigene Kosten nach Stuttgart gefahren. Beziehen kann er die Reifen, sage ich mal, aktuell über drei Bereiche. Einmal über die Fischer Tires, dann haben wir, sage ich mal, als Großhänder die BTR Tools GmbH mit drin. Und dann auch noch hier in der Region Stuttgart über die U-Bikes GmbH bei Pitbike-Events kann man dann dementsprechend auch die ganzen Pitbike-Reifen erwerben. Und wir sind jetzt gerade dran, eben das so auszubauen, dass wir auch Händler und Händlernetzwerk anbinden können zukünftig. Natürlich liegt jetzt schon der Fokus auf den am meist zugelassenen Reifen. Also wir gehen da schon ein bisschen nach der Zulassungsstatistik der Motorräder. Und das ist halt aktuell der 120er und ansonsten halt die 160, 180, 190er-Riege. Alles andere wird auch noch kommen. Allerdings wollen wir jetzt schon erstmal ein klein bisschen noch in die Breite gehen. Also es werden jetzt noch Tourensportmodelle kommen. Es werden leichte Enduro-Räder kommen. Also 70, 30, 70 Straße, 30 Offroad. Der K82 wird in Zukunft auch noch kommen. Das ist eher so ein 70, 30, also 70 Offroad, 30 Straße. Also das ist schon mit sehr grobscholligem Profil für viel Offroad-Bereich. Und ansonsten bieten wir auch, haben wir auch jetzt schon in Deutschland verkauft und auch angeboten. Als einzigster Hersteller 400er Hinterrad für Spezialumbauten. Und ansonsten gibt es auch 360er, 320er Hinterräder. Aber das ist dann natürlich für die Shopper-Klasse.